18 Tage Wiesn. 18 von 18 geschafft und glorreiches Finale natürlich bei der Miri. Miri, 18 Tage Wiesn, wie geht's dir? 18 Tage Wiesn, Anja, danke, dass du da bist. Mir geht's gut. Längste Wiesn, die es geben kann, XXL Wiesn. Mir geht's gut. Wir haben so ein schönes, pinkes Getränk getrunken und du hast gesagt, Anja, komm vorbei, heute zum Abschied, dann mischen wir es nochmal zusammen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es nochmal einen Saati-Spritz. Genau, und jetzt einfach auffüllen. Darf ich dir eigentlich als Miris Hüttenchefin den bestgemischtesten Saati der Welt überreichen? Vielen Dank dir, Anja. Zum 18. Wiesn-Tag. Ich freue mich, Wiesn mit dir zu verbringen. Und jetzt gemeinsam? Finale, oh, Finale, oh. Und jetzt Cheers. Cheers, Anja.